Hallo, hier ist Alexander von der Praxis für Kontakt und Verbindung und ich stelle euch heute die Flötentasche vor, die ich gerade fertig gemacht habe. Hier habe ich sie schon um. So sieht sie aus. Mit Gurt kannst du in der Länge verstellen, kannst du wunderbar auf dem Rücken tragen. Hier unten. Du kannst es auch abmachen, dran machen. Gurt ist eingearbeitet. Ziemlich sauber. Ne, da sind alle innen. Und dann hast du hier oben ein Zugband. Du kannst die Flöte rausholen. Hier gerade meine aktuelle, die jetzt fast fertig ist. Gambusflöte. Siehst schon hier oben. Fellimitat, Kunstfell. Wunderschön flauschig. Schöne Burte. So, Ornament. Und auch Zugband. So ein bisschen Indianer-Style. Genau. Jo. Findest du auf klänge-des-herzens.de unter Native American Flutes und dort Flötentaschen. Kannst du also zu den Flöten dazu bestellen oder auch einzeln, falls du schon eine Flöte hast. Bis dann.